Zusätzlich zu unserem Instagram-Gewinnspiel gebe ich euch die Chance als kleinen Bonus, diese unglaublich schöne und streng limitierte Son Goku gegen Nappa-Statue zu gewinnen von Zume. Was ihr tun müsst, um diese Statue zu bekommen, ist ganz einfach. Einfach nur auf meinem neuen YouTube-Channel Majin Xenos ein Abo hinterlassen und das letzte Video, der asoziale Otaku, das Musikvideo, kommentieren und liken. Und mit wenig Glück seid ihr die Gewinner dieser Statue. Mufilago, Machandale in Monaco, ich bin drauf, schlag dich kau. Asozialstar Otaku, beiseite Bakayaro, Kutanas Akmaiaro, gozaimasu Arigato. Was geht ab, Friends? Am Bus am Start und Momoku, die packen jetzt mal wieder eine Figur aus. Und was sagt er, dass die Kollektion gewachsen ist, das hast du jetzt mal gesagt. Ich bin immer neu bei Ihnen, weil ich wüsste es. Willkommen zu fragen, wie hast du ja mehr ein Kuh, wenn ich hier vergiss, alles vollgesteckt wird dabei. Das ist krass. Es ist mir immer wieder eine Ehre, hier zu sein. Erstmal danke, ich bin dafür, Rui. Immer wieder gerne. Leute, das ist so, ihr kommt hier rein und es ist auf einmal so, boah, was liegen wir hier aus dir. Erstmal krass. Heute haben wir auch eine krasse Statue. Also meiner Meinung nach einer der krassesten von Mohans, der Future Gorn. Also generell von Rainbow Z, ich größe Ihren Mann, würde ich sagen. Mohan? Future Gorn. Der hat auf jeden Fall, finde ich, von allen Charakteren am meisten mitgemacht. Allein, weil er in Zukunft sich durchfahre mit den zwei Cyborgs. Und alle drei haben wir im Einzigen was Kali geblüht. Gibt es nicht auch irgendwie so eine Serie, wo es nur um diese Future-Teile hingeht? Gibt es da sogar dieses Special-Bahn, so eine Kurzfilme. So, mein erstes Anbocken hier. Erstmal lieber das Anbocken. Ist das ein Zertifikant? Ja, Zertifikant. Kannst du ja gerne mal rausholen. Hier haben wir auch wieder was für dich. Klett, Klett. Können wir die Zauber einfach aufmachen? Komm, ich mach mal das. Gib mal. Gänzt du bestimmt noch aus der Hentai-Armte. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Hau, ha, 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 ha. Hier haben wir die Limitierung wieder. Haben wir die 213 von 250 Exemplaten. Ist das aber für so ein Sonnenhelm? Wenn wir zahlen, dass das so ein bisschen Mehrwert als der Mann? Für die erste oder so? Ja, das ist total schwer. Leute, das ist die Base. Also hier schon 10, 15 Kilo. Stimmt. Oh, boah. Wie hat es schon ein Stück, Alter? Leck mal am Arsch. Leck mich am Zyker, Lieber. Leck mich am Zyker, Lieber. Okay, krass, du bist doch gut da drin. Ich weiß, was soll das jetzt ist. Ich hab mal echt krank. Ich teile euch mal. Erst mal alle drauf gucken oder was? Hier haben wir auf jeden Fall schon mal den vom Hof an. Den einarmigen Bannerin. Was würdest du machen, wenn du dich dir fallen lässt? Danke. Das sieht echt aus, dass du gestärkst hast. Ich hab keine Geld. Ey, das sieht krank aus. So ist ein Stückbode. Alter, richtig crazy. Die Details gerade bei den einen Kiefers Geld starten, sind immer krass. Ja, na. Hier. Schön, oder? Das ist auch krass gemacht. Auch mit den Jeans und eins. Future Goran mit der Nabe. Bisschen hier am Schuhteil. Super, das ist ja jetzt drin. Oh, man magnetisch. Wiener eins. Wiener eins. Wiener die Klappe. C18. Hier. Und wer von Neustand auf C18 fragt? Ne, hat mich nie gefestigt. Ne, nicht so rein. Du? Ja. Dann ist es mir ein bisschen zu kairisch. Ganz schweigt. So wie ich dich kenne, würdest du den Checker mal auf dem Zeitraum einhalten, ne? Überall. So wie Krelin. Ja, für Krelin ist krass. So. Oh, guck mal, geht alles kaputt. Was ist denn da? Ich wusste, ich muss nur das Heckmann raus. Ja. Du kannst erst mal liegen, ganz recht mal zurück. Nach dem Video. Ich bin schon geht auf Angus Studios. Ich hab da nichts in der Hut. Das geht alles auf Angus. Nächster Song auf Angus nackt. Du machst doch selber ja alles kaputt. Es ist schon gebrochen. Nein. Hast du mal Glück doch. Teig hinter der Kamera und wie gefällt dir das Ganze hier? Super, es fühlt sich gut an. Macht Spaß, ne? Ja, natürlich. Kann man machen, es macht immer Spaß. Möchtest du selbst, dass wir zum Film kommen? Ich wohne leider zu weit weg, sonst natürlich. Woher kommst du denn? Bremen. Wo kommt denn das rein? Nicht so einen Katzensprung für so eine tolle Sammlung. Für so eine tolle Sammlung tatsächlich. Digga, lass das Ding schieben. Und Momo macht weiter. Fickwold kaputt. Nein, nein. Ah. Das ist noch ein USB-Sort. Das ist nicht kaputt. Zeig. Jetzt machen die was vor. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist ein Chinese-Stecker. Nicht kaputt. Jetzt kommt ein Teststecker an, Leute. Nein, wirklich. Jetzt guck, das ist ein Chinese-Anschluss. Leute, das Ding ist nicht kaputt. Ich habe leider nur so komische Stecke gesehen. Ist halt nicht kaputt gemacht. Keine Rechnung auf dich. Danke schön. Ich bekomme den Dattwilchen. 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 Hier mal was da hinten? Die Flamme klingt, glaube ich, hier vorne. Boah, gute Frage. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich kenn das nicht mehr. Ich weiß es nicht. Also, Vegeta. Also, wo ich älter geworden bin, auf jeden Fall. Wo ich klein war, war es so Team Gohan, soll ich sagen. Also, ich finde Team Gohan ist die beste Super-Serie in der Form. Aber, All-Time-Favorite aus Dragon Ball. Gogo. Geht nichts drüber. Wüsste ich, Gohan fand ich auch noch geil. Aber danach war es von Kai, der schon die Kraft bekommen hat. Ja. Woher dann halt gegen Gohan. Ich bin Zazaka. Er ist der Beste. Er ist der Beste. Er ist der Beste. Hier oben ist er. Der King. Ich bin jetzt hier in der Shinobi. Krass. Wann machst du den Song für Zazaka? Digga, wenn es einer hat, dann nicht, glaube ich. Ich glaube, ich mach ihn auch mal. Wie nennst du den Song, Ehrenmann? Glutige Nase. Ah ne, guten Roshi ist es. Roshi ist der Song, Glutige Nase nennst du. Champ nennst du. Champ. Haha, Champ. Das ist geil. Featuring Xenov, Digga. Nummer so ein Rollespeed. Seit welches mit Spotify brechen? Monopo featuring Xenov. Er gehört schon auf bösen Sätze der Anime-Rap-Kanz. Und ich? Hier oben nehmen wir Egon. Immer so. Woah. Gebt mir nicht. Pfff. Ey Digga, wo kommt dieses Riesen-Jugger? Egon aufs Drellebys. Hahaha. Ey, diese Riesen-Klamme. Wenn ich jetzt nicht von wo ich reinkomme, kriege ich einen Ticker. Da muss doch eigentlich ein Riesen-Slow für sein. Eigentlich ja, aber ich glaube hier. Hier ist ein Ding. Das ist ein Riesen-Slow. Ja. Hier ist leer. Ja, hier ist leer. Leute. Kannst du da gar nicht mehr machen oder wechseln, ne? Was hätte jetzt von Hand-Heis eigentlich gesagt? Das ist nicht in meiner Abteilung. Hast du Hand-Heis-Tiger mit mir? Nee. Kommt auch nicht. Beide. Ich kann nicht. Auf 18 plus Abteilung war nichts für dich. Das hat doch komisch. Nein. Du warst so der Erste, der sich da Oktopus-Arten zugelegt hat. Hahaha. Ich mach nur echtes Ohm aus gleichem Blut zusammen. Nicht hier so, keine Ahnung. Aus gleichem Blut. Nicht so künstliche Sachen. Guck mal, wenn ich nächstes Mal Rosi gebe, ne? Generell schließe ich gar nicht auf diese, keine Ahnung. Nicht jetzt von der Entfernung. Generell auf diese ganze Rosi-Film. Schmurdestein, ne? Schmurdestein. Das ist kein Wendmann. Klar. Als Jugendlicher hat man gesagt, guckst du was vereist. Aber dann hab ich mich auch abgesehen. Dann... Was bringt mir das? Wenn ich das immer anders sehe. Ich mach mal was von Samenstock, oder? Samenstock. Das gibt's nicht generell, ne? Den hab ich in meinem Jahrgang damals ausgelassen. Oh, lecker. Bisschen dreckiger. Ich distanziere mich. Die Wolken. Die Wolken. Ach du Scheiße. Was ist jetzt denn noch? Also ich glaube, das was es hier ist, wäre... Diese kleinen Teile packen mich am meisten nach, wenn man bei den Anbau kommt. Momo. Du bist der Beste im Löcher-Stopfen. Hast du eigentlich auch Songs über Löcher-Stopfen? Deinem Riss. Auf zensierter Art und Weise hab ich's bestimmt mal in einer Demo und ich hörte mich das. Hast du kein Spudelförter? Ein Song über Löcher. Deinem Riss. Hör mal aufhören mit dir jetzt. Mach dich denselben Chance wie der. Ja, mach schon ein Video. Hey! Hey! Der vorbietet mir was eigentlich für Songs draußen. Ja, hier, der Mann neben mir. Hallo! Hey, ich muss mir die Gaus immer für die Songs. Leute, ich bin schon am Sprung mit Ahi-Gau, ja? Timon. Einmal ganz kurz auf die Kamera, ja? Weißt du, was ein Ahi-Gau ist? Was? Weißt du, was Ahi-Gau ist? Ahi-Gau? Weiß es nicht. Ich sag's nicht, ich sag's nicht. Google das nicht, Leute. Ich habe das Unmögliche möglich gemacht. Und zwar habe ich die ultimative Fusion kreiert, die es bis dato noch nicht so in Deutschland gab. Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Demon Slayer, Jutsu Kaisen, Death Note, Baki, Berserk. Sogar den Anime, den ich gehatet habe, Black Clover und viele, viele mehr. Checkt das unbedingt ab. Diese ganzen Animes fusioniert mit hartem deutschen Rap. Und dieser harte deutsche Rap wurde nochmal mit einem geilen Sommersound fusioniert, den man auch ohne Probleme im Club pumpen kann, im Auto. Und auch Motivationssound ist für Sport, Training und so weiter. Also checkt das unbedingt ab, meinen neuen Song, der Asoziale Otaku. Und an diejenigen, die diesen Sound nicht feiern, die mich haten, meine Musik haten, ich habe vor euch auch eine Botschaft. Ich habe euch nicht vergessen, ab Minute drei bei dem Song auf Spotify, Apple, Amazon und so weiter, habe ich eine Botschaft an euch. Nehmt euch das zu Herzen. Und mein Musikvideo kommt auch, da ist diese Botschaft ab Minute drei dreißig ungefähr, drei fünf dreißig. Also checkt das auf jeden Fall ab und ihr werdet euch freuen. Sowohl meine Fans werden sich freuen, als auch meine Hater, dass ich euch nicht vergessen habe und euch allen eine sehr geile Botschaft gewidmet habe. Peace, euer Xemers. Guck mal, ich renne hier irgendwie falsch, so wie immer im Studio. Ich gucke mal, was alle machen, aber dann mache ich nichts. Weißt du, was so ein Typ du bist? Ja, immer so ein Umzug. Man trägt gerade irgendwie so einen Schrank raus und du bist der da an der Seite. Du bist so fest, obwohl das gar nichts bringt. Okay, super. Ach guck mal, die haben Farbentiegel, Timon. Die haben Farbentiegel, die haben Farbentiegel. Das ist schon Memory. Memory. Ja, an Memory. Gelb muss in Gelb. Und Schellenlohn muss in Großer. So Leute, wir machen jetzt die Kleinigkeiten fertig und dann zeigen wir euch mal, wie die Figur aussieht. Go. So. Letzte Teil ist drin, Leute. Wir haben es geschafft. Sehr stark. Super, ey, ey. Ost-Rein. Ja, Timon, eine Minute schneller hat er das hier hingekriegt. Ganz kurz, zeig mal diese Teile. Diese kleinen Dinger, die sind einfach um die ganze Statue herum. Das waren die schlimmsten. Wow. Überall musst du sie reinstecken. Aber dann kam der Momo gut, zum Glück, sehr gut. Rein, ja, stecken. Das Ding ist, auf Timons Kanal musst du voll aufpassen, was er sagt. Auf Timons Kanal brauchst du dich aufpassen. Nein, weil alles war mitfeindlich. In so einem Doku am Wochenende ist er sehr gelernt, ihm reinstecken. Der ist wie der jetzt. Der cuttet sich dann so zurecht, dass man einen nicht blamiert. Aber jetzt brauchen wir noch einen richtigen Stecker. Dann können wir die LEDs haben. Ich hab hier irgendwo so eine Kiste, da hab ich noch so... Das ist so ein England-Stecker oder nicht? Nein, das ist so ein Chinese-Stecker. Chinese? Und was sagen Sie zu dieser sexy Figur? Also geisteskrankte Teilreich. Was ich am meisten catch, sag ich dir ehrlich, diese kaputte Lampe, die zwischendurch sogar flackert. Das ist so geil gemacht, ja. Wann legen Sie sich sowas zu? Ich würde sehr gerne, aber... Amgo Studios noch mal einen besten Vertrag auflegen, damit ich das gelassen kann. Was verdienen Sie zurzeit monatlich bei Amgo Studios? Das darf ich leider vertraglich geregelt nicht sagen. Verraten Sie mir das nach dem Video? Das können wir gerne machen. Kann man da was aushandeln? Ich kann das Rekords, ich unterschreiben. Kann man sie auf... Nein! No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Kann man sie auf eine andere Schiene? Nein, nein. Ich will nur für Musik sagen. Ja? Ja, ich rede auch vom Musik. Diese Schiene meinst du? Ja, das ist so Schenkongmusik. Nein, nein, nein. Was, dieses Zauberstabliere? Ja, du hast die Hand getreten. Vor allem, da war ein paar roten. Das hast du schon damit alles gemacht? Ja, also. Sollte ich was sagen? Leute, ich sag euch eins. Dragon Ball ist mein nostalgischer Anime Nummer eins. Wie viel steht's? Dragon Ball ist mein nostalgischer Anime Nummer eins. Und ja, hier blüht mein Herz auf diese Figur. Ich würde die Rate von eins bis zehn... Schon ne neun, ne? Ich geb dem Ganzen ne 8,5, aber nur weil die kleinen Dinge alle reintun musste. Das war so anstrengend. Also ich würd sagen definitiv ne neun. Ja, ist schon stark. Aber das Ding ist, alle Figuren in diesem Format... Du musst ja überlegen, dass ihr alles handgemacht. Was ist das für Größte? Eins Fierer Skates. Also was würd ich sagen, um für sich das Zentimeter. Also alle, die so der Größte sind und das ist wahrscheinlich auch ne Markenfigur, ne? Das KD, die machen fast nur Dragon Ball Sachen und alles so im Eins Fierer Skates. Ich hab voll viel hier vom KD. Hier der ist vom KD. Der Gohan hier ist vom KD. Letztens den Janemba gegen Goku den ich ausgepackt hab, das KD. Also hier ist einiges noch. Also wenn ich die jetzt mit dem Figuren vergleiche, finde ich die schon mit am geilsten. Aber hier der Piccolo, der ist auch krass. Der ist auch vom KD. Und da kommen auf jeden Fall... Also KD macht auf jeden Fall, was Dragon Ball Sachen angeht, echt einen guten Job. Also das Eins Fierer Scale haben die auf jeden Fall echt drauf. Da kommen auf jeden Fall die nächste Zeit auch noch voll viele Statuen von denen. Und da werde ich mir wahrscheinlich auch wieder das ein oder andere Stück zulegen. Und sonst wollen wir mal. Ich werde es in Erwägung ziehen auf jeden Fall. Wenn du dir ein Anime, eine Figur holst. Von welchem Anime bist du? Ja, so toll. Ohne das Überlegen. Und deswegen ist er bei mir gesigned. Und deswegen ist er bei mir unglücklich gesigned. Warum sagst du sowas? Ich liebe es. Ich bin gerne bei Ambu Studios. Ambu ist der beste Label Boss. Ey, der macht jetzt so. Hast du auch 50-50 tief? Dazu darf ich ehrlich sagen. 80-20. Ambu oder Anime Arafa. So Arafa! Das ist eigentlich ein Liebster. Das geht jetzt hier gerade in meine Richtung. Ich würde sagen, alles ist nicht bei mir. Die Tür steht offen, geh doch! Viel Spaß, Mann. Ey, Timon, danke, dass du da bist. Danke, dass wir dabei sind. Wir sind kein Stück. Dankeschön. Ja, bitteschön. Aber mich gefreut. Mich noch mehr, mein Bester. Was, ist jetzt die Verabschiedung? Nein. Nein, die muss gleich noch. Ich würde sagen, wer jetzt kein Like da lässt, kein Kommentar, kein Abo und nicht die Glocke aktiviert, ist Danso Fan und das will keiner. Und ein Pflanzenmann. Und ein Pflanzenmann. Deswegen Leute, vier Schritte, um kein Danso Fan oder Pflanzenmann zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Wenn es wieder heißt, wir machen OpenLinks. Wir haben uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Anbu, euer Momoko und Xenos. Peace. Peace out, Leute. Peace. Peace. Vielen Dank.